Wenn ihr 30 Jahre alt seid, sollte jeder von euch vermögend sein. Wenn ihr 40 Jahre alt seid, solltet ihr vermögend sein. Und dann kommt dieses Ding, oh, dann habe ich etwas falsch gemacht. Nein, nein, du bist so geworden, weil die Gesellschaft so ist, die Politik so ist, deine Eltern so waren, weil deine Glaubenssätze so sind, wie sie sind. Aber wir können es ändern.